Es ist forever Herzlich Willkommen zu einer kleinen Runde Jumpling Ja ich hoffe wir schaffen diesmal 1 hier habe ich Modul 5 zu erreichen Wobei ich nicht weiß ob das auf der Map möglich ist Weil das erste Modul kommt mir schon sowas von unbekannt vor Aber ich sage einfach mal wie er probieren es Ich weiß was ich muss Was hier? Oh Oh bisschen was ist da? Yeah Kommen wir da drüber? Ja Boah ich dachte ich verkackte Ok erstes Modul geschafft Jetzt wird es fast runter gefallen Ok Ich glaube von hier unten schaffe ich das Wenn ich springe Wenn ich springe hätte ich es geschafft Ah Ok das war verkackt Oh ne sag mal Da wechsle ich einmal die Musik Und schon kann ich nichts mehr oder wie Wo ich gerade echt gut finde Oh geschafft ja Ok schnell die Kiste looten Ich bin erstaunlicherweise noch nicht mal letzter Ohje Ohje Nein ernsthaft Ich hasse das wenn man so den letzten oder vorletzten Sprung verkackt Ok Ok Ich könnte schon mal das Unrecht hier ein bisschen wegwerfen Falls wir so viel Equip kriegen Aber mal schauen Und Wenn wir uns mal nicht ganz blöd anstellen Was ich natürlich gerade hier tue wieder Weiß es da drückt gibt Schreibt sie mir mal in die Kommentare wieso man solche Leitersprünge schaut Ist der Winkel dort zu flach oder zu steil Ich hab da keine Ahnung von Ich hab da keine Ahnung von Habe ich das letzte Mal von oben gesprungen Ne Das schaffst du auch nicht Also die Musik ist echt chillig Eindeutig Also Doppelsprung brauche ich hier nicht probieren Ist zu kurz Oh Wie war das mit ich will Modul 5 schaffen Ich hab noch nicht mal Modul 2 Oh juhu ich hab es mal wieder geschafft Ok 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 Wir haben das auch geschafft Jo Muss hier lang Hä Ah So Ok Oho ein Bogen schön Ich ahne dass das so ein Sprung ist denn ich wieder verkacke Ja machen wir fast klar Ah Ah das ist Ein fieser Sprung Ich weiss nicht schafft man den ohne Doppelsprung Äh ja Sooo Jetzt machen wir sie erstmal fertig Wir sind ja nicht Wir sind ja nicht viel Ich wüpf Leute Ich bin weg Toll So 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 Wo seid ihr denn? Ich hoffe ich kriege die Musik leise genug weil die ist ganz schön laut gerade in Aufnahme Nein Ich hab das schon zu gut So 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 Das haben wir nicht geschafft Aber ich würde sagen das war's dann für diese kleinen Runde Falls es euch gefallen hat lasst uns bitte eine positive Bewertung da Und dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.